Als ich beim Essen reingekommen bin, hat es mir erzählt, es ist schön und so alles, aber man möchte natürlich irgendwie gewinnen und macht mich natürlich happy und stolz und alles, aber kann ich mich nie so richtig drüber freuen, wenn man jetzt das fünfte Mal in Folge verliert. Ich habe mich gefreut, weniger als dass ich aufgeregt war. Ich habe mich das ganze Jahr ready gehalten und so macht man das als weißen Europäer. Schön Freiburg reinmachen, dann läuft alles ein bisschen easier.